Moin Leute! Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es endlich wieder da. Wir kommen mit uns um ein paar Paluten-Animationen und dazu geben wir wie immer ein Paluten-Animation und filtern nach dem Upload-Datum. Paluten braucht Fischer von T-Sales. Hier, Jimmy. Jimmy hat einen Job. Jimmy ist Farmer. Aber es gibt viel, viel mehr Berufe, die die Typen hier einfach nicht annähern. Menjel, wir brauchen Fischer. Ja, wir brauchen... Oh, und scheinbar brauchen wir auch was von Gucci. Ja, ja. Danke auf jeden Fall an T-Sales. Wie immer, Leute, gebt die Namen einfach bei YouTube ein. Schaut bei denen vorbei. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, weil das haben die Leute einfach verdient. So, Miau-Animation. Palutenpinkel, die eine Flasche? Was? Das stimmt nicht. Die Welt hat sich erweitert. 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 Warum ich jetzt tatsächlich lachen muss, ist einfach, also das stammt ja aus einer Minecraft-Flucht-Folge. Und damit zahle ich meine Miete. Das ist mein Job. Die Welt hat sich erweitert. Es tut mir leid, meine Damen und Herren. Ich habe heute Kaffee getrunken. Ja, ich auch. Zwei. Warum ist hier wieder abgebaut? Ich habe mir leckeren türkischen Apotheken in mein Wasser reingemacht. Jetzt sieht das ein bisschen so aus, als hätte ich in eine Flasche gepinkelt. Könnte auch anliegen, dass du es auch getan hast. Sicher? Ja, ich kenne dich und ich rieche es. Ja. Ende. Ach, Leute. Das ist einfach toll. Also ganz ehrlich, ich habe einfach Spaß bei meinem Job. Selbst wenn wir einfach nur... Die Welt hat sich erweitert. Die Welt hat sich erweitert. Okay. Cringe. Okay, sorry. Pallo braucht Bizeps. Das wissen wir alle. Bizeps, der muss wachsen. Alter Schwede, Junge. Der hat den Bizeps. Nee, ich bin davon ein krasser Star. Okay. Danke, Blackfire. Und natürlich auch eben Dankeschön an MiauEye Animation. German Let's Play ist ein Dämon. Oh, von grünlich. Dann stell doch erst mal den Amboss. Ja, warte. Ich suche erst mal Gold. Junge, wenn du dafür... Was ist denn da jetzt los? Was denn? Du bist ein Dämon. Du hast... Du klangst eben richtig dämonisch. Wie gemacht du das? Manuel, was hast du mit deinem Mikrofon gemacht? Was habe ich denn getan? Du klingst richtig wie so ein krankes Etwas. Also als wäre dein Mikrofon wirklich kaputt. Ja, ernsthaft. Ohne Witz. Hä? Hast du dich vielleicht in diesem anderen Ding entmutet? Nee. Du musst mal... Zieh mal deinen Stecker raus. Oh, doch. Hä? Warum hat der das getan? Ich weiß es nicht. Du klingst... Hallo? Ist es jetzt normal? Ja, du klangst halt einfach wie ein Obokop. So, warte mal. Das war echt... Boah, da klang er echt nicht cool. Ein Krümelchen. Wie immer, dicken fetten Respekt. Kenne ich auch schon von Twitter. Also Krümelchen. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei, um es mit den Worten von Palette auszudrücken. Schmeckt. Ja, das stimmt. Schmeckt wirklich sehr gut. Zeichenstil ist zu krass. Ich liebe ihn. Oh ja. Also ich finde es auch, da bin ich echt immer sehr, sehr beeindruckt, weil ich ja auch weiß, zum Beispiel durch meinen Paluten-Comic, den ich rausgebracht hatte, wie viel Arbeit das ist. Die Zeichnerin hat zum Beispiel beim Paluten-Comic, boah, astronomisch viel Zeit. Deswegen supportet die Leute für ihre Arbeit. Schaut bei Krümelchen vorbei und bei allen anderen Leuten heute. Äh, Paluten, was ist das Anime? Oh, von Miau. Ja, erst rein. Ja, und was ist das hier? Guck mal. Was denn? Was ist das da? Manuel. Ja? Gib mir die Platte. Warum? Gib mir die Platte. Die liegt doch noch da. Was hast du vor? Was? Nix. Was hast du vor, Palette? Nein. Sprengung! Nein. Wie lange dauert das? Nein! Menja, Menja! Nein, was machst du denn auf? Nein, du bist runtergefallen, was? Ich hab ganz schön im Portal nicht reingeschossen. Ja, aber ich bin da trotzdem. Alter, das ist ja gerade. Das war eine dicke Explosion. Oh Gott, was ist denn mit mir passiert? Ende. Ey, sind ja ganz viele von Miauer Animation. Paluten, GLP und der Hase. Trampolin Pro, Ferienkurs, Show für die Eltern. Sommerferien? Was ist das für eine Werbung? Geht's über Trampoline? Ferienkurs, Möchtchen, Alter. Nice! Ich geh ab auch in den Ferienkurs. Da hab ich auch schon eine gute Zeit. Hui! So. Menja, das sind kleine Hasen. Aber was machen die in einem Wüstenbio? Ganz selig. Ja, gar nichts mehr. Nein, lass den Hasen doch! Das ist Bugs Bunny! Bugs Bunny. Da ist er, er kommt. Ja, komm wieder zurück, Bugs Bunny. Er kommt halt echt? Ja, weil er wieder an Land will. Nein, nein, nein. Das ist ein Wasserhase. Der will nicht wieder zu dir. Kann man die zähmen? Na, guck mal. Der will echt zu mir. Na, willst du nochmal eine Runde? Jetzt lass doch den Hasen in Ruhe. Nein, Menjel. Nein. Und? Ja! Ey, nein! Nein! Meine, mein Hasen. Nein! Lass den Hasen in Ruhe, Menjel. Mann! Komm es jetzt her. So, dich hab ich. Dich hab ich. Und schon wieder Ende. Ach, das war auch eine schöne Folge. Er wollte den Hasen aber auch nicht in Ruhe lassen. Mieser Harald. Paluten und GLP kämpfen gegen einen Wither. Alles gut, alles gut. Ich mache den Regenerationstrang. Alter, macht der Schade. Boah, das war so ein krasser Feich. Lass mich doch in Ruhe. Machen ihn kaputt, bitte. Machen ihn nicht die. Oh Gott! Er macht so viel. Er fokussiert mich mega. Ja, ja, lauf. Lauf einfach. Hilfe, 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 Hilfe. Lauf, kill ihn. Kill ihn, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Irgendwo. Oh Gott. Ein Herz, ein Herz. Mein Totem. Ja, ja. Fokussiert mich so. Alter, das ist doch nicht normal. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Das war aber auch ein komischer Fight gegen den Dude, ey. GWP ist die ganze Zeit einfach immer nur rumgelaufen, während ich den Damage gemacht habe. Er hat um sein Leben da gekämpft. Halo macht nichts von Retro Girl. Halo ist ready for work. Das finde ich klasse. Halo, Takia. Takia. Takia, du bist eine Maschine. Halo, nicht rumstehen. Arbeiten. Oh, alter Schwede. Die Leute, ja. Mann, Halo. Du faule Stück. Du sollst arbeiten und nicht gegen die Wand gucken. Es ist so schwer, gutes Personal zu finden. Ey, ich glaube, ich muss bald jemanden einstecken. Halo. Leute, was soll ich denn mit dem Typen machen? Der macht nichts. Der soll doch die Kunden bedienen. Aber vielleicht kann er das durch Telepathie. Ich würde, am liebsten würde ich gerne Halo feuern. Aber ich gebe ihm heute nochmal eine Chance. Wurde, was ist das denn da hinten für ein Bild? Retro Girl. Was hast du da gezeigt? Wieso habe ich denn so ein Nagelheim-Mängel da bei mir? Menschen haben im Leben noch eine weitere Chance verdient. Weißt du, man muss auch vergeben können. Vielleicht hat er ja einen schlechten Tag. Seine Freundin hat ihn verlassen. Was auch immer. Ist Halo eigentlich schon da? Halo? Halo, was machst du da? Halo? Junge, was ist los mit dir? Jede Person, die im Einzelhandel arbeiten würde, die wäre schon längst gefeuert worden. So, Halo, da ist jemand, der braucht Hilfe. War das Klaus? Du bist so ein Stück Abfall, Halo. Oder hat er ihm geholfen? Nee. Vielen Dank fürs Ansehen. Und ein Riesendank geht raus an alle meine Patreons. Ja, schaut auch unbedingt bei Retro Girl vorbei. Also, sorry. Das sieht einfach aus wie so ein richtiger, wie ein richtiger Anime. Also, sorry. Das könnte auch auf Netflix laufen. Also, jetzt mal ehrlich. Ich liebe deine Animationen. Wie immer sehr süß, geil gemacht. Ich finde es auch einfach richtig, richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe so einen Respekt vor den Leuten dadurch, dass ich überhaupt nicht begabt bin, was Zeichnungen und so weiter angeht. Ich kann einigermaßen gut Geschichten erzählen. Das war es aber auch schon. Und Scheiße labern. Kampf um GLP. War das? Oh, da ist eine Kirche. Oh, oh. Von Wampang. Ich meine, nach dem ersten Date. War es super lieb. Dann lass mal hin. Ich werde doch eh wieder erschossen. Nee, nee, komm mit. Komm, stell mit. Komm, stell. Ach ja, ach ja, ach ja. Komm, steig aus und komm mit. Bevor das Palette abfällt. Ja, ja, aber wir brauchen eigentlich wen, der, der es vollzieht. Oh nein. Du bist dran. Sommer, komm, stell. Bitte. Nein, ich soll es was sagen. Niemals. Möchtest du Maudado zum Mann nehmen oder zur Frau oder was auch immer, bis der es neben und scheidet? Ja, ich will. Maudado. Nein, ich will. Ne, das will ich aber nicht. Das will ich aber nicht. Aua. Du entscheidest hier nicht, was du willst, was du nicht willst. Maudado, möchtest du Chirles Play zu deinem Schatz machen, bis der tot und scheidet und all die Jahre treu zu sein? Ja. Niemals. Nein. Ich will nicht. Lass mich. Nein. 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 Oh Gott. Zum ey. Zum ey. Zum ey. Bitte. Bitte. Ja. Alter. Okay. Komm schon. Wir haben nicht viel Zeit. Fang schon mal an. Fang schon mal an. Willst du Maudado zu deinem angetrautten Ehemann nehmen? Oh, ich will noch rechtzeitig. Ja. Oder nein. Ja. Ja. Und ich will auch. Ich will auch. Na ja, das zählt eigentlich. Ja, jetzt bist du Witwe. Ah, gute Zeit. Komm her, Palenner. Komm her. Ja. Ja. Ich beam's. Ich beam's. Stravend. Das ist so eine Waffe. Ach so. Oh, okay. Ja. Komm, du musst doch mal mehr schaffen, als nur einmal Ja zu sagen. Das ist unmöglich. Aber jetzt kann Zombie der Power sein. Willst du mich heiraten, Manu? Ja. Okay. Fertig. Oh nein. Nein. Ey, lass mal meine Ruhe. Nein, nein, nein. Ich bin eifersüchtig. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja, komm. Flitterwochen. Das hat 123.000 Klicks. Als obi ob. Nur weil GLP ein Kleid trägt, macht ihn das nicht direkt zu einer Frau. Wir leben im 21. Jahrhundert, wo Kleidung keine Rolle mehr zuordnet. Ja, ja, das sehe ich auch so. Er ist trotzdem die Frau. Oder ich. Ist scheißegal. Manu und die Monsterspinne? Aber ich würde gerne über eine Sache reden, die du bestimmt bei Twitter gelesen hast. Ja. Ja, ja. Die Sache mit der Spinne. Ja, ja, ja. Ich wollte nämlich gerade irgendwie so um zwei Uhr morgens schlafen gehen, gucke zur Wand drüber und sehe eine ekelhafte große Spinne. Ich renne weg, voller Panik, greife nach dem Staubsauger. Sehr, machtest du Kacke in deiner Hose? Hatte ich, ja. Mehrfach. Nice. Und als ich wiederkam, da war sie auf einmal weg. Die ist auf einmal abgehauen. Ich habe dann echt mein Bettzeug genommen und auf der Couch geschlafen. Ja, das ist ja so gut. Ja, aber warum können sie denn nicht ins Wohnzimmer gelaufen sein? Ja, weil das viel zu weit weg ist und die Tür zu ist, ja. Hä, ja, aber wenn man die Tür zubringt, ja bei Spinnen gar nichts. Die war groß, natürlich. Die war, die war groß. Wie will die da durchkommen? Die finden ihren Weg. Nee. Doch. Nee, aber was mache ich denn jetzt? Also das ist einfach, ich bin doch einfach aufgeschmissen. Wie soll ich denn da jetzt pennen? Ich würde ausziehen. Ja, haben auch schon einige auf Twitter dann geantwortet. Bisher finde ich das die beste Antwort. Ja, klar. Oder ein Feuer legen. Weil ich habe gehört, Spinnen mögen nicht Feuer. Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee. Ja. Also ich finde das eigentlich sehr gut. Ja, ich auch. Die lustigsten, kreativsten TikToks mit Annie the Duck. Die habe ich mal auf der Mac getroffen. Und auf der Gamescom. Sehr nett. German Let's Play fasst Paluten an? Du bist so krass, Jun. Ey, ey, ey. Du bist so krass. Ich bin so stolz auf dich. Fass mal ein Schnurrbart an. Ja, ich fass dein Schnurrbart an. Ja. Wo ist denn der? Darf ich mal dein Ei anfassen? Kurz zur Erklärung, ich bin Yoshi. Und Yoshi hat Eier. Also ihr wisst halt, der drückt die immer aus dem Hinten raus. Ja. Also da, da hinten. Und der schluckt ja auch ganz gerne. Ist auch ein komisches Konzept. Mann, was labern wir denn immer für ein Müll? Danke an Galaxo Dragon. Generell danke an alle. Oh, warte. Ich muss hier kurz mal was checken. GLP hat mir hier noch irgendwas geschickt. Oh ja, wie ich mir ein Brat, ey. Was war das? Hm. Das war mal ein geiler Kaffee. Ja. Damit bist du nicht alleine. Also auch. Also. Also. Oh. Wie sieht das denn aus? Oh, da schürft er dann. Warte, 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 ich schlüpfe auch noch mal ein. Oh. Und jetzt stell dir vor, wie der Kaffee ganz langsam und genüsslich die Stelle berührt, wo die Wurzel war. Ach man, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Das kann so auch keinem, eigentlich keinem zeigen, Alter. Alleine. Okay, meine Damen und Herren. Das war's mit einer weiteren Folge von Paluten Animation. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die am heutigen Tag Animation eingereicht haben. Schaut unbedingt bei denen vorbei. Lasst bei denen Like da. Abonniert die Kanäle. Ja, wenn ihr Lust auf mehr habt, dann müssen wir wieder ein bisschen warten. Weil ich möchte mir bei Paluten Animation jetzt immer ein bisschen mehr Zeit lassen. Einfach damit wir mehr Kram zum Zeigen haben. Leute, habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.